Na guck mal, na schau wo der Pimpfi ist. So schnell konnte ich ja eben gar nicht gucken, Pimpfi. Sehr, sehr cool. Das lässt ja hoffen. Kommst du jetzt da oben auch klar? Soll ich mal noch ein bisschen beobachten? Der Pimpfi-Bär. Ist ja da einfach hochgeflattert. Ja, Pixelchen. Du bist ja schon drinnen, ne? Pimpfi turnt dir heute mal auf dem Dach rum, glaube ich. Süßrübe. Sitzt du dich da jetzt fest oder weißt du, wie du da jetzt woanders hinkommst wieder? Soll ich dir mal meinen Arm anbieten? Ja, prima. Ich sah mir nämlich fast so aus, als ob du hoch aber nicht wieder runter kamst, ne? Ja, soll ich dich mitnehmen? Wenn du dann wieder hochfliegen möchtest, kannst du das ja gerne wieder machen. Tolle Maus. Schwupsdiwups. Oder erst mal wieder schnell ein bisschen an meinem Ohr knibbeln. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ja, ja, schnell Ohr knibbeln. Dankeschön. Hat mir heute den ganzen Tag gefehlt, hm? Dein Schnabel in meinem Ohr. So. Okay, Pimpfi. Ausnahmsweise. Oh ja, Kopfschrubbeln, oh Süßbär. Ja. Was guckst du? Hast du, wie wir die Kamera entdeckt, ne? Ja, 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 ja. So, mein Süßer. Du darfst jetzt noch eine Stunde draußen bleiben, ja? Weil du heute so viel drin warst. Aber ich muss ein bisschen telefonieren dabei. Hm? Ja, mach Kopfschrubbeln. Süß Mats. Süßi Pimpfi Mats. Jetzt. Oder wollen wir erst ein bisschen schmusen, bevor ich irgendwas mache? Ich glaube, wir machen erst mal ein bisschen schmusi, schmusi, ne? Ja, da ist mir endlich viel mehr danach. Süßmaus.